Musik Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Wie ihr im Titel gesehen habt oder wahrscheinlich auch die, die später versucht haben auf den Stream zu greifen Ich wusste ihn abbrechen, das ging gar nicht Da wurden die ganze Zeit, selbst wo ich geschrieben hab Es soll mit den Hater-Kommentaren aufhören Fünf Minuten lang haben die aufgehört, dann kamen sie wieder Und erst recht wurde nachher jemand meine Nummer da in den Chat geschrieben hat Da hat er hier irgendwie eine Viertelstunde lang oder eine halbe Stunde lang wurde hier nonstop angerufen Das geht einfach nicht Also wenn so die nächsten Streams laufen, dann macht das mir keinen Spaß und folglich macht es euch dann auch keinen Spaß Das tut mir jetzt natürlich leid, da waren nur Es waren vielleicht zehn Leute, die ja die ganze Zeit Oder 15 Leute, die ja die ganze Zeit Eine Scheiße geschehen Da kann ich natürlich nicht meine ganze Community zu Tode hassen Das sind ja 15 Leute von über 180 Da kann ich ja nicht sagen, ihr seid alle scheiße Das kann ich nicht sagen Aber sowas geht halt einfach nicht Ich bin auch am überlegen Ob ich diesen Stream wirklich nochmal wiederhole Weil Es ist halt jetzt so passiert Und ich glaube beim nächsten Mal wird es genauso laufen Die Leute, die vielleicht später dazugekommen sind Und dann das gesucht haben und nicht gefunden Ja, ich hab's halt abgebrochen Da könnt ihr euch bei den anderen Kameraden bedanken Die da irgendeine Scheiße geschrieben haben Könnt ihr euch herzlich bedanken, dass deswegen der Stream abgebrochen wurde Sowas geht halt einfach nicht Ich find's auch total schade, weil ich hatte den Stream komplett durchgeplant Ich hatte sogar noch Also es war ja geplant immer stündlich wechseln Party und Quiz Ich hab sogar noch individuell gefragt Party Quiz Montagsmaler Ich hab nochmal diesen Plan, den ich da mir genau festgemacht Ein bisschen Nochmal an die Die da waren, dass es ein bisschen individueller angepasst ist Dass ich jetzt das mache, was die Leute wollen Aber dann Dann frage ich Party Quiz und Musik Dann schreiben die ja in die Kommentare Party Quiz Musik Ja toll Nee, Party Quiz und Montagsmaler, genau Sowas ist halt einfach total scheiße Das geht überhaupt nicht Deswegen Ja, das Blöde war ja auch Ich hatte mir ja 81 Fragen überlegt Ich hatte so richtig schön Wer wird mir näher Musik fürs Quiz rausgesucht Aber Wenn die mir das versauen Da hab ich keinen Bock drauf So macht der Stream Mir keinen Bock Und euch keinen Bock Der erste Stream war gut Da hatte ich vielleicht einen Hater Und der Rest war alles perfekt super Der hat richtig viel Spaß gemacht Beim zweiten ging's schon los Und der dritte war einfach nur Hölle Das geht gar nicht Das ist der Das ist wirklich der letzte Dreck Ey Was die 10, 15 Leute da abgezogen haben Das ist wirklich Unglaublich Ehrlich Das geht gar nicht Deswegen Ähm Ich weiß es nicht Vielleicht werden jetzt länger keine Streams kommen Dank diesen 15 Leuten Oder 10, 15 Leuten Oder wie auch immer Ist mir egal Weil sowas geht halt einfach gar nicht Das ist Das ist unglaublich Der Stream Ist dazu da um Damit ich Spaß hab und ihr Spaß hab Und wenn ich mich da nur die ganze Zeit über die Kommentare aufrege Dann macht es euch keinen Spaß Dann macht es mir keinen Spaß Aber anscheinend sind diese 10, 15 Leute Verstehen das anscheinend nicht Weil ich wette Diese Leute Das sind Leute Die Leute die im Internet haten sind Immer die Leute Die im realen Leben Das niemals ins Gesicht sagen wollen Die ihren ganzen Scheißwut Im Internet auslassen Die einfach nur Kein Selbstbewusstsein haben Und der letzte Drecks sind Entschuldigung Dass ich jetzt hier ein bisschen Bisschen härtere Worte finde Weil sowas ist einfach Das ist Das ist der letzte Scheiß Da könnt ihr euch bei den 10, 15 Leuten bedanken Dass die da so eine Scheiße abgezogen haben Und auch wo ich damit gedroht hab Wenn das jetzt nicht bis Dann und dann besser wird Dann breche ich den Stream ab Das ging immer noch weiter Und das geht überhaupt nicht Das geht gar nicht Deswegen Ich hatte ja eigentlich am 28. September Ich wollte eigentlich diesen Sommer noch mehr Streams machen Aber ich glaub das mein ich nicht Wenn ich so eine Drecks Community hier hab Oder so eine Ranzigen Leute die Ich mein das war ja Eine Drecks Community kann man ja nicht sagen Das waren ja nur 10, 15 Leute Die da so rum Gehated und gespammt haben Aber ja an Silvester werden nochmal ein Stream geplant Aber vielleicht kommt auch dann erst der nächste Stream Dank diesen 10, 15 Leuten Weil sowas ist einfach der letzte Dreck Das geht überhaupt nicht Weil so hab ich Kein Bock Ähm Auf Streams Wenn der nächste Stream Nochmal so läuft Dann werden nie wieder Streams kommen Nie wieder Das sag ich euch Das wäre dann der dritte Stream Der so scheiße läuft Dann werden nie wieder Nie wieder Nie wieder Kommen dann Streams Wenn der nächste Stream genau so läuft Kommen nie wieder Livestreams Das kann ich euch sagen Ja das war mal eine kleine Wutrede Ne ich hoffe Es hat euch gefallen Können wir jetzt schlecht sagen Es kommt Es kam ja jetzt Ich hab ja im letzten Video Um die Anmerkung gemacht Am 5. 7. Kein Video kommt jetzt doch Weil ich muss jetzt einfach mal das rauslassen Weil das geht überhaupt nicht Ja Dann bis zum nächsten Video Das wird dann am 19. 3.7. Kommen Tschüss Kommen dann bis zum nächsten Mal Kommen dann bis zum nächsten Mal